natürlich braucht eine gute show auch gute künstler und da möchte ich euch natürlich nicht voranfalten katja unser dance captain unser schmetterling seit tag 1 bei uns vier jahre schon bei uns alex ist ein neuer charakter ist in diesem jahr auch das erste mal da alex ist einer unser täter natürlich haben wir die wundervolle stefan die habt ihr kennengelernt unsere sängerin tänzerin musical darstellerin hier haben wir den die meister unser feuersalamander sehr guter handelebrist artist sergey und ina sergey und ina sind ein pärchen und sind sehr 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 gute strapaten artisten natalia natalia ist eine wundervolle hula hoop artistin tuch atrobatin